Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Robins Finanzwelt. Heute habe ich mal wieder die aktuellsten Aktienews dabei und zwar für die Vata, NIO und für die Tesla Aktie. Wir schauen uns mal ein bisschen an, was bei den Unternehmen gerade aktuell los ist. Hier ist auf jeden Fall ganz, ganz viel los und wir gehen auch dann auf die Charts gemeinsam ein, was hier aktuell wichtig sind, auch welche Marken wichtig sind. Also bleibt auf jeden Fall dabei, wird mega spannend und das Ganze für euch natürlich kurz, knapp und kompakt zusammengefasst. Ja und bevor wir starten, würde ich mich wieder mal freuen, wenn ihr jetzt gerne ein kostenloses Abo da lasst und auch gerne die Glocke aktivieren, um hier kein Video mehr zu verpassen. Würde mich mega freuen an dieser Stelle. Ja dann starten wir mal direkt rein und zwar mit der ersten Aktie mit Vata, heute mal angefangen. Wir stehen hier aktuell bei einem Kurs von 25,26 Euro. Wir hatten hier ein absolutes Jahreshoch von knapp 97 Euro, also die Aktie ist eigentlich nur noch fast ein Viertel wert. Wir haben jetzt hier eine sehr, sehr lange Seitwärtsphase, seit ungefähr Oktober letzten Jahres. Wir hatten hier ein aktuelles Jahrestief von 22 Euro, da ist man gar nicht so weit davon entfernt. Wir stehen charttechnisch hier auch unter der 50-Tage-Linie im kurzfristigen Bereich und unter der 200-Tage-Linie im langfristigen Bereich. Ja und was ist jetzt hier mit den aktuellsten News wichtig? Vata bekommt hier eben einen neuen Finanzvorstand. Ja, Marc Hansdorf soll hier eben ab 15. Mai die Nachfolge von Armin Hessenberger antreten. Genau und man war erst eben hier vor wenigen Wochen zum angeschlagenen Batteriehersteller gewechselt und also beziehungsweise sollte hier anstelle eben Thomas obendrauf übernommen werden. Und wie gesagt, man verlässt das Unternehmen jetzt aus persönlichen Gründen. Nähere Angaben hat der Konzern jetzt nicht wirklich drüber gemacht. Aber wie gesagt, Hansdorf war hier zuletzt Finanzchef beim Wohnwagenhersteller Knaus Tabbert und ja, man sagt eben, dass er aufgrund der Expertise hier die ideale Wahl ist als Finanzvorstand. Er bringt einfach viel Erfahrung auch im Sanierungsbereich und Restrukturierung mit, verfügt über gutes betriebswirtschaftliches Know-how und erkennt auch hier die Automobilbranche zum Beispiel sehr, sehr gut. Und man soll dazu beitragen, eben hier wieder auf Wachstumskurs zu kommen. Ja, ich sage mal, operativ hat ja Vata hier in letzter Zeit sehr, sehr stark geschwächelt. Und man hat vor wenigen Tagen mit den Banken ein umfangreiches Restrukturierungsprogramm geeinigt, was auch deutliche Einsprachungen bringt, sowie auch Investitionen in die bestimmten Wachstumsfelder wie die Energiewende und auch die E-Mobilität. Also dafür soll der Weg freigemacht werden. Und Vata hat in diesem Zusammenhang zuvor eine Kapitalerhöhung durchgeführt, die von Teuners Investmentgesellschaft hier eben gezeichnet worden war. Und angesichts dieser ganzen personellen Veränderungen, auch in der Restrukturierung, hat man hier auch die Schätzung so ein bisschen überarbeitet, das Kursziel auch gesenkt. Wie gesagt, man muss jetzt aber erstmal schauen, dass es operativ wieder läuft, dass das Geschäft wieder angekurbelt wird. Und ich bin jetzt auch gespannt, wenn hier neuer Wind reinkommt, was passiert. Schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr Vata in eurem Depot habt, was ihr grundsätzlich für die Zukunft glaubt und wo ihr Vata seht. Dann springen wir schon direkt weiter zur NIO-Aktie und schauen uns auch hier an, was gerade aktuell wichtig ist. Auch hier charttechnisch sehr, sehr trüb momentan. Wir hatten einen Jahreshoch von 22,96 Euro. Auch hier sind wir weit, weit davon entfernt. Heute allein Tagesminus von 8,5 Prozent. Das tut schon ziemlich weh, wenn man da drauf schaut. Aktuell haben wir einen Kurs von 8,92 Euro. Kämpfen gerade so ein bisschen hier mit der 50-Tage-Linie im kurzfristigen Bereich. Langfristig ist der große Widerstand die 200-Tage-Linie. Nach unten sollten wir hier eine Absicherung haben im Bereich von 7,70 Euro. Das bildet das aktuelle Jahrestief aus. Jetzt ist so die Frage, kriegt man die Kurve, hat man sie schon gekriegt oder wie soll es weitergehen? Die Entwicklung bei NIO verläuft nicht wirklich unabhängig vom E-Auto-Sektor, sondern sehr, sehr stark abhängig sogar. Auch BYD, ich hatte es jetzt erst auch hier wieder auf meinem Kanal heute, hat sich beispielsweise sehr, sehr stark wieder erholt. Genau, also man profitiert momentan insgesamt jetzt so in den letzten Tagen, also heute nicht, aber in den letzten Tagen ging es ja wieder aufwärts um gut einen Euro von der Aktie. Und da hat man so von der allgemeinen Stimmung ein bisschen profitiert. Und es kam auch die Mitteilung, dass NIO die Testphase für die dritte Generation der Batteriewechselstationen gestartet hat. Dafür ist ja NIO bekannt. Sie bieten ja hier quasi an, dass ihr mit eurem NIO hier in Batteriewechselstationen fahren könnt. Und innerhalb von fünf Minuten ist die Batterie gewechselt. Und ihr könnt mit einer vollen Batterie weiterfahren. Das Ganze ist tatsächlich auch bei uns in Deutschland schon möglich, wurde auch schon von dem einen oder anderen getestet. Also vielleicht gerne mal auf YouTube-Videos schauen, wie das Ganze aussieht und wie das funktioniert. Ich finde es eine ganz, ganz spannende Sache. Und wie gesagt, der Vorgang konnte jetzt sogar auf unter fünf Minuten gedrückt werden. Auch das ist ein spannendes Thema. So hast du ja oft das Problem, dass du sagst, okay, ich muss jetzt hier an eine Ladesäule, vielleicht über 20 Minuten. Und klar, dann sage ich, ich trinke einen Kaffee. Aber es ist natürlich schon sehr, sehr charmant zu sagen, ich kann vielleicht binnen drei oder vier Minuten meine Batterie tauschen lassen. Zack, fahre weiter und habe wieder eine volle Batterie. Ja, und NIO gilt auch ohnehin als durchaus konkurrenzfähig hier im E-Autosektor. Das darf man auch nicht vergessen. Sie sind auch bei uns in Deutschland eben schon angekommen. Und auch die Fahrzeuge sind softwaretechnisch auf dem brandaktuellsten Stand und auch mit der modernsten Technik ausgestattet. Und genau, entscheidend auch natürlich für den Gesamtmarkt. Und zuletzt, ja, lief es in China nicht mehr ganz so gut wie erhofft. Auch weil viele Hersteller auf den Markt dringen natürlich. Also hier kommen viele dazu. Ihr wisst, Xiaomi kommt mit auf den Markt. Also viele wollen ja in diesen E-Autosektor einsteigen. Und es gibt einen starken Preiskampf, den so ein bisschen Tesla begonnen hat, möchte ich jetzt mal rüberschmeißen. Da kommen wir ja nachher auch gleich noch drauf. Und das führt natürlich zu Druck auf die Margen. Ich hatte es auch schon mal bei BYD gesagt. Bei zusätzlich sinkenden Absatzzahlen. Und deswegen muss dieser Preiskampf, glaube ich, auch stattfinden, um die Absatzzahlen erstmal zu steigern. Aber langfristig sollte auf jeden Fall das Ziel sein, die Margen schon sehr, sehr gut halten zu können. Sollte sich der Kurs von NIO aber hier über 10 Dollar behaupten können, wäre charttechnisch zumindest Aufwärtspotenzial bis zu 12,50 Dollar. Ja, man muss aber schauen, die Aktie kann momentan eben hier auch noch weiter nach unten abprallen. Ich habe es euch gesagt, wir haben hier das absolute Jahrestief. Das sollte erstmal Unterstützung bieten. Und jetzt müssen wir mal schauen, wo die Reise hingeht. Das war alles in allem zusammengefasst für NIO. Schreibt mir unten gerne Kommentare, wenn ihr noch irgendwelche Anregungen zu NIO habt oder beziehungsweise was ihr vom Unternehmen denkt. Dann springen wir schon direkt weiter zu Tesla. Ich habe es jetzt ja gerade auch schon in so einem leichten Beisatz erwähnt. Mir geht es jetzt so ein bisschen auch um die Zahlen. Hier geht es einmal um den neuen Rekord und die Frage auch so ein bisschen, ob weitere Probleme auftauchen könnten. Grundsätzlich kann man sagen, hier schaut das Chart gegenüber den anderen beiden Aktien, die wir hatten, sehr, sehr stark wieder aus. Wir konnten uns von 102 Euro deutlich lösen. Wir standen ja zwischenzeitlich wieder an der 200-Euro-Marke, aktuell bei 179 Euro. Auch heute hier ein sehr, sehr starkes Tagesminus von 5,68 Prozent. Also wir sehen, auch Tesla reißt es heute ein bisschen mit runter. Aber wir haben es hier noch geschafft, über der 50-Tage-Linie zu bleiben. Also das ist auch gerade eine ganz, ganz wichtige Unterstützungsmarke. Nach oben hin wäre hier der Widerstand eben auch an der 200-Tage-Linie. Genau und an sich hat Tesla hier den besten Jahresstart der Geschichte verzeichnet, was die Aktie betrifft. Sie haben ja eben die Preissenkung gestartet und das hat den Kurs beflügelt und auch, wie gesagt, zwischenzeitlich über diese 200-Dollar-Marke gebracht. Genau, da war einfach eine sehr, sehr starke Euphorie da. Und Tesla hat jetzt auch am Wochenende hier gute Zahlen zu den Auslieferungen und auch zur Produktion bekannt gegeben. Die Strategie, eben das Volumen über die Gewinnmarge zu stellen, scheint momentan aufzugehen seitens von Tesla. Man hatte hier 421.164 erwartete Autos erwartet im ersten Quartal. Tatsächlich wurden 422.875 Autos ausgeliefert. Im letzten Quartal hat man hier 400.5.000 Elektrofahrzeuge an den Mann gebracht. Das heißt, man konnte es sogar zum letzten Quartal nochmal steigern. Genau und in den letzten Monaten unterlag Tesla so ein bisschen von eingeschränktem Angebot hin zu eingeschränkter Nachfrage. Deswegen musste man reagieren. Und genau, wie gesagt, dieser Ansturm ist wieder ein bisschen gekommen aufgrund der Preissenkungen. Und jetzt müssen wir schauen, wie Tesla weitergeht. Ich werde für euch weiter mit an Bord bleiben. Wie gesagt, grundsätzlich kann man sagen, dass es sehr starke Auslieferungszahlen waren. Aber Unternehmen wie BYD und Co. bleiben auf jeden Fall hier ganz klar auf Kurs. Wenn es euch interessiert, gerne mal ins BYD-Video reinklicken bei mir auf den Kanal. Und schreibt mir auch unten die Kommentare, welche Aktien euch noch so interessieren. Dann nehme ich die gerne mit auf bzw. bringe Updates. Ich hoffe, ich konnte euch heute wieder so ein bisschen einen Einblick geben, was aktuell los ist. Und wenn euch mein Video und mein Kanal jetzt gefallen hat, dann lasst doch an dieser Stelle gerne ein kostenloses Abo da. Aktiviert noch schnell die Glocke, um hier nichts mehr zu verpassen. Würde mich mega freuen an dieser Stelle. Das war es von meiner Seite. Ich wünsche allen einen schönen Tag. Freue mich auf das nächste Video. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.